Es ist 18 Uhr und wir haben jetzt die Prognose für die Bürgerschaftswahl in Bremen vorliegen. Jetzt dürfen wir also auf die Daten schauen, die uns erreicht haben von dieser Wahl in der Hansestadt. Und wir blicken jetzt mal auf die Prognose, die vorliegt. Und das bedeutet, wie hat die CDU abgeschnitten? 24,5 Prozent. Die SPD stärkste Partei geworden nach der Prognose 30 Prozent. Die Grünen haben 12 Prozent erreicht. Die Linken, wir haben sie eben thematisiert, zweistellig 11 Prozent nach der Prognose. Die FDP, ja, die muss mal wieder zittern. 5 Prozent liegt genau auf der 5-Prozent-Hürde. Und jetzt schauen wir auf diese Bürger in Wut, die für die AfD antreten. Nochmal, die AfD ist deshalb hier auch nicht aufgelistet. Sie darf nicht antreten. Die Bürger in Wut ebenfalls, eine rechtspopulistische Partei. 10,5 Prozent nach der Prognose. Also tatsächlich zweistellig. Die sonstigen Parteien kommen alle zusammen auf 7 Prozent, spielen aber sonst überhaupt keine Rolle. Was bedeutet das in Gewinnen und Verlusten? Die CDU war ja bei der letzten Wahl 2019 als stärkste politische Kraft hervorgegangen. Allerdings konnte sie keine Regierung zusammenstellen. Die SPD legt stark zu. Und das ist gegen den bundespolitischen Trend eigentlich 5,1 Prozent zugelegt. Die Grünen, und da schauen wir jetzt, ein wirklich herber Verlust. 5,4 Prozent minus nach der Prognose bei den Grünen. Die Linkspartei verliert nur ganz, ganz wenig. Minus 0,3 Prozent. Die FDP verliert 0,8. Und jetzt muss ich mal ein bisschen hier rüber gehen, weil man muss es wirklich so sagen, die Bürger in Wut, die waren bisher fraktionslust in der Bremer Bürgerschaft, weil sie nämlich in Bremerhaven über die 5-Prozent-Hürde gekommen sind. Und 8,1 Prozent, also deutlich drin. Die sonstigen Parteien spielen überhaupt keine Rolle bei dieser Bremer Bürgerschaftsfahre. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt auch darauf gucken müssen. Die Daten haben wir im Moment leider noch nicht vorliegen. Ob es reichen würde für eine Neuauflage der rot-grün-roten Koalition. Aber wenn man die Prognose, und ich mache sie noch einmal ganz kurz auf sich anschaut, dann haben SPD, Grüne und Linkspartei weiterhin eine Mehrheit. Also sie kommen zusammen auf gut 53 Prozent der Stimmen. Natürlich werden wir dann gleich, wenn wir die Daten haben, auch die Koalitionsmöglichkeiten auflegen. Aber Andreas Bobenschulte, der amtierende Bürgermeister von Bremen, der hat ja noch einmal ganz klar gemacht an dieser Stelle. Er will rot-grün-rot weiter fortsetzen. Und da müssen wir jetzt nach der Prognose noch ein bisschen warten. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Bobenschulte der große Gewinner dieser Wahl. Und auf der anderen Seite der Wermutstropfen, die Bürger in Wut. Nach der Prognose zweistellig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017